Wie schwer er fährt! Die Hinterachse! Den Achsträger! Das wird auf dem Kurs, glaube ich, sowieso heiß genug! Das ist ja eh krass! Ich bin mal ein Stück ausgefahren, sag ich mal! Und hab dann hinterher mal am Erschwatterflug herangelangt! Alter! Ja, macht er! Ja! 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 Mach was g'scheid, Karl! Komischer Mensch! . . . . . . . . Ja, schön schön.